weiter geht es hier bei let's play warframe wir machen weiter sind immer noch auf dem merkur unterwegs so terminus haben wir als letztes gemacht in relais jetzt ist die frage wie wir heute machen mit im prime oder wir machen eine neue mission wo ich keine ahnung gucken uns das mal an das ist eine mobile defense mission you must deliver payloads and defend a number of locations while i break into the network be prepared for heavy resistance i can't do this without you naja gehen wir ja alles müssen wir machen this will only get more difficult get to a terminal and prepare for any new resistance so wo ist denn das erste dinge drei stück sind aber alle relativ nah beieinander so wie es aussieht was haben wir denn hier ähm so punkt der vorteil unseren unseres kleines kleid das ist ja dass der gegenstände die etwas entfernt liegen automatisch aufsammelt wir brauchen da nicht mehr drüber rennen vielleicht ist auch ein ganz guter schütze wenn wir den noch weiter aufrüsten würden was das dann müsste ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen blutgegel sind die krank oder wird ich habe mich immer schon gewundert warum die so ein komisches manchmal so ein gekriegel um sich haben wo ist er denn wo ist er denn wo ist er und Schuss Ops, get the thing down Still working on it. Continue to defend. So, erst mal die Kiste. Ich treffe wieder ausgezeichnet. Ach, ihr sollt ja fünf Gegner am Rutschen, glaube ich, ausschalten. Oder? Jo. Verdammt. So, wartet, Ladies. Oh, da gibt's da nichts. Hier ist ein Terminal. Get me in, und get ready to defend. I'm in, Tenno. This will take a moment. Oh, da gibt's da nichts. Still working on it. Continue to defend. Oh, da gibt's da nichts. Oh, da gibt's da nichts. Oh, da sind wir gegen uns, Tenno. Aber wir haben es geschafft. Mission complete. Na dann, verpeaseln wir uns mal. Oh, da gibt's da nichts. Keine Credits, verdammt. Mensch, der Weg ist aber noch lange hier. Keine Credits, verdammt. Keine Credits, verdammt. Mann, bin ich ein guter Schützer. Keine Credits, verdammt. 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 so jetzt haben wir auch auf einmal wieder 400 gegenispunkte ich verstehe ich sehe ich doch noch eine piste und noch so folgenpause pc bedanke mich bis dann another job well executed